Musik Mein Name ist Benedikt und ich spiele bei der Extraschicht Orlando verliebt in Rosalinde. Das ist ein Monolog aus einem Shakespeare-Stück, nämlich wie es euch gefällt. Ich liebe sie. Ich träume von ihr den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und ich wünschte, ich könnte immer bei ihr sein. Denn die Liebe, das ist doch das Schönste und Größte, was einem Menschenherzen passieren kann. Und ein großer deutscher Dichter sprach, verdammt, ich lieb dich. Ich bin Kai und ich spiele den Valentin aus dem Stück, die zwei Herren aus Verona. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist das Größte für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Und das Besondere bei unserer Inszenierung ist, dass die Zuschauer gleich 25 Monologe aus verschiedenen Shakespeare-Stücken sehen können. Das Ganze in einer Art Speed-Dating. Das ist das Format. Und das ist das Spannende. Und ja, man kann sich freuen auf viele, viele verschiedene Shakespeare-Monologe. Von traurig über lustig bis noch lustiger. Und es hat ganz viel mit Liebe zu tun. Oh ja. Oh ja. Untertitelung des ZDF, 2020